Bandschlingen sind schon was Tolles. Am Klettersteig ist es die Rastschlinge, beim Klettern die Expressschlinge und auf Hochtouren Teil der Rettungskette. Aber wie funktionieren Bandschlingen eigentlich? Und gibt es verschiedene Bandschlingen? Oder ist es egal, was man kauft? Darum geht es heute im Bergsteigengrundlagenkurs Nummer 16. Kurz muss ich erklären, warum es für ein kleines Teil wie Bandschlingen eine komplett eigene Folge im Grundlagenkurs braucht. Bandschlingen werden gerade von Einsteigern in den Bergsport erfahrungsgemäß nach Gefühl gekauft. Also was im Internet günstig ist oder gut ausschaut oder eben eine gut klingende Beschreibung hat. Gerade die Angaben im Internet geben aber kaum Auskunft über Vor- und Nachteile. Außerdem ähneln sich bei den meisten Schlingen, egal ob Kevlar, Denimer oder Nylon, die Bruchlastwerte, was den Eindruck vermitteln kann, dass es einfach egal ist, wo man jetzt zugreift. Vor allem die Denimer-Schlingen schauen super aus, weil sie sehr schmal sind und vor allem sehr leicht. Aber was ist das überhaupt? Denimer, Kevlar, Nylon? Ja, klären wir das jetzt erstmal, um eine gewisse Verständnisgrundlage zu haben. Denimer ist kein Material und damit keine Art einer Bandschlinge, sondern es ist eine patentierte Verarbeitungsmethodik einer niederländischen Firma. Hinter der Marke Denimer versteckt sich eigentlich lediglich der Kunststoff Polyethylen. Nylonschlingen sind, wie der Name verraten will, aus Nylon gefertigt, was ebenfalls aus der Gruppe der Kunststoffe kommt und nichts anderes ist als Polyamid. Polyethylen, Polyamid, bei so viel Poly kriege ich Polio. Deshalb gibt es jetzt auch noch die Kevlar-Schlingen. Die kommen ganz ohne Poly aus, denn Kevlar besteht aus Aramid und das ist auch nichts anderes als Kunststoff. Wenn das eher alles Plastik ist, warum brauchen wir dann drei verschiedene Arten von Bandschlingen? Plastik ist leider nicht gleich Plastik. Schauen wir uns deshalb zuerst die Nylonschlingen an. Die sind, wie alle Bandschlingen mit mindestens 22 Kilo Newton Bruchlast, ziemlich stabil. Sie sind dafür, dass sie meistens 11 bis 13 Millimeter dick sind, ziemlich elastisch und natürlich immer noch sehr stramm und statisch, wenn man es jetzt mit einem Kletterseil zum Beispiel vergleichen würde. Problematisch an Polyamid ist, dass es relativ leicht zu durchtrennen ist, was nur selten sich als großer Vorteil erweist. Aber in der Regel ist das noch okay. 11 bis 13 Millimeter wiegen aber auch dementsprechend. Wir kommen hier bei 60 Zentimeter Schlingen auf rund 50 bis 60 Gramm, also 1 Gramm pro Zentimeter Schlingenmaterial. Toll an Polyamid ist, dass es eine gewisse Reibung hat und damit deshalb gut Knoten machen kann und diese auch schnell und leicht wieder öffnen kann, auch wenn sie mal etwas Zug drauf bekommen haben. Nachteil an Polyamid ist, dass es Feuchtigkeit aufnimmt und diese Feuchtigkeit kann auch bis zu einem gewissen Maß die Bruchlastwerte beeinflussen. Polyethylenschlingen, nennen wir sie im Folgenden einfach Dynima, schauen etwas anders aus. Sie sind deutlich schmäler, insgesamt dünner und leichter und kommen aber auch auf die gleichen Bruchlastwerte. Das funktioniert durch den völlig anderen Molekularaufbau bei Polyethylen. Aber dieser Unterschied hat auch einen Nachteil, nämlich die Dehnung. Dynima dehnt quasi gar nicht. Und das ist insofern problematisch, als dass eine Dehnung, selbst wenn sie nur minimal stattfindet, wie bei Nylonschlingen, immer noch besser ist als gar keine Dehnung. Weil damit die Kraft auf den Körper deutlich besser abgefedert werden kann. Feldversuche haben ergeben, dass bei selber Krafteinwirkung die Nylonschlingen nur etwas mehr als die Hälfte der Energie an den Körper abgeben, im Vergleich zu den Dynima-Schlingen. Aber zu dem Thema kommen wir gleich nochmal im Detail. Doch die Dynima-Schlinge hat auch noch andere Vorteile. Grundsätzlich ist Polyethylen etwas widerstandsfähiger, was die Umweltfaktoren betrifft. Somit sind es auch die Dynima-Bandschlingen. Doch leider wird dieser Vorteil sehr schwer nachzuvollziehen sein, weil sich Abnutzungserscheinungen nur bei Bandschlingen aus Nylon wirklich gut erkennen lassen. Dynima franzt kaum und auch anderweitige Abnutzungen sind nicht so leicht zu erkennen. Und wenn diese einmal zu erkennen sind, dann ist es meistens eh schon Zeit, sie auszutauschen oder zu entsorgen. Auch bei der Schnittfestigkeit tut man sich mit Dynima einen Gefallen. Dieses Material ist deutlich robuster als die Nylon-Konkurrenz. Ein großes Dynima-Problem ist aber leider ein anderes. Möchtet ihr einen Knoten in eine Bandschlinge machen, überlegt ihr besser eine Nylonschlinge. Denn die Dynima-Schlingen haben die lästige und letztlich auch gefährliche Eigenschaft, durch ihr glattes und dünnes Material sehr schnell zu rutschen. Bei Knoten bedeutet das in der Praxis, dass der Knoten anfängt zu wandern und das schon ab einer Belastung von 2 Kilo Newton. Zuletzt bleibt noch Kevlar. Kevlar besteht aus Aramid und das ist wie auch Polyethylen etwas umweltbeständiger als Nylon, ist aber deutlich UV-empfindlicher und damit langfristig trotzdem unbeständiger. Das Tolle ist aber, dass Kevlar, wie man es von Schutzwesten zum Beispiel kennt, sehr schnittfest ist und damit über Felskanten und Co. sehr robust ist. Das Problem der fehlenden Energieabsorption teilt sich Kevlar jedoch mit den Dynima-Schlingen, was sie wieder deutlich gefährlicher macht, wenn sie schnell belastet werden. Doch warum ist das gefährlich? Grundsätzlich halten Bandschlingen immer 22 Kilo Newton Stand, doch 22 Kilo Newton entsprechen etwa 2200 Kilogramm Last. Und ja, ich weiß, dass man Energie nicht einfach so in Gewicht umrechnen kann, aber es geht um einen Überschlagswert, um ein besseres Gefühl für die Problematik zu bekommen. Die Tatsache, dass die Bandschlinge dieser Belastung standhalten kann, ist leider nicht sonderlich hilfreich. Denn das bedeutet zwar, dass die Schlinge nicht reißt, aber definitiv eure Wirbelsäule. Somit hat euch die Kraft der Bandschlinge relativ wenig gebracht. Und selbst bei einer minimalen Dehnung ist die Belastung zwar immer noch extrem, aber Feldversuche von der Firma DMM haben ergeben, dass die Nylonschlinge lediglich 12 bis 13 Kilo Newton bei der exakt gleichen Sturzweite an den Körper abgeben. Auch 12 Kilo Newton sind meistens das Ende eines jeden Wirbeltiers, aber ich glaube, der Punkt der besseren Energieabsorption wird dadurch ganz gut klar. Grundsätzlich aber gilt, wie bei allen Bandschlingen, niemals in die Bandschlinge fallen. Denn selbst wenn sie hält, in der Regel hält man selber nicht. Und noch ein Problem darf nicht unerwähnt bleiben, sowohl bei den Nima als auch bei Kevlar und Nylon schwächt ein Knoten die Energieaufnahmefähigkeit. Jeder Knoten schwächt das Material um bis zu 60%, bei den Nima und Kevlar liegen diese Werte sogar bei 75%. Das bedeutet, dass man nur noch an einer 5 Kilo Newton starken Bandschlinge hängt, was zwar noch das eigene Körpergewicht halten kann, aber definitiv nicht ausreicht, wenn es um Belastungen an der Schlinge geht. Gerade bei Standplatzschlingen ist das ein großes Problem. Bindet man eine Dynima-Bandschlinge ab, um eine Reihenschaltung herzustellen, zu den Kletterthemen gibt es übrigens im Frühling einen kompletten eigenen Grundlagenkurs, dann reduziert sich die Energieaufnahmefähigkeit auf etwa 5 bis 6 Kilo Newton. Das bedeutet zugleich, dass ein Nachsteiger keinesfalls etwas weiter in Seilen fallen dürfte, da sonst schnell die Belastungsgrenze der Bandschlinge erreicht sein würde. Das bringt uns gleich zum nächsten Thema, nämlich dazu, wann welche Bandschlinge am besten eingesetzt werden kann. Die häufigsten Einsatzmöglichkeiten einer Bandschlinge sind beispielsweise für die Selbstsicherung am Klettersteig oder an einem Standplatz. Also immer, wenn man Pause machen möchte und das eigene Körpergewicht wo dranhängen will quasi. Für diesen Anwendungsbereich ist es grundsätzlich ganz egal, aus welchem Material die Schlinge gemacht ist, da die Belastungsgrenze weit über dem des Körpergewichts liegt. Wichtig nochmal, nicht mit der Bandschlinge weitergehen oder klettern, auch nicht nur ein bisschen. Das ist verdammt gefährlich. Um Standplätze einzurichten, sollte aufgrund der besseren Bruchlast und der Tatsache, dass sich Knoten und Co. nicht verschieben und nicht wandern können, eher zur Nylonschlinge gegriffen werden. Für Expressschlingen, Köpfelschlingen, Sanduhren und Co. sind die Niemerschlingen aufgrund des besseren Gewichtsverhältnisses schlichtweg die bessere Wahl. Schwierige Sicherungspunkte und scharfkantige Sanduhren sollten aber besser mit Kevlar-Schlingen abgesichert werden, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Unterschiede zwischen Nylonschlinge, die Niemerschlinge und Kevlar in der Praxis nur selten einen echten Unterschied machen werden und nur in den Ernstfällen vielleicht einen Unterschied machen werden. Oder wenn es um die lange Haltbarkeit geht. Jedoch lohnt es sich, wenn man von jeder Sorte, welche zu Hause herumfliegen hat, um für jede Gelegenheit auch gerüstet zu sein. Gerade bei Nässe zum Beispiel, wenn es um Eisklettern oder Hochtouren geht, können zum Beispiel die Denymerschlingen ganz praktisch sein. Wer viel und oft Knoten in die Bandschlinge macht oder machen muss, sollte sich vielleicht besser die Nylonschlinge anschauen und so weiter. Übrigens sollte noch zum Schluss erwähnt sein, dass es mittlerweile auch wahnsinnig tolle Hybridschlingen gibt, die innen aus Polyamid bestehen und außen aus Polyethylen. Damit verbinden sich sämtliche Vorteile der Schlingenmaterialien. Diese Schlingen sind aber im Vergleich zu Nylonschlingen sehr, sehr teuer. Generell kann man sagen, dass die Nylonschlingen die günstigsten im Preiskampf sind, die Denymerschlingen am zweitgünstigsten. Dann kommen die Kevlar-Schlingen und zuletzt als teuerster Mitstreiter die Hybridschlingen. Hybridschlingen haben sich über die Zeit zu meinen persönlichen Favoriten entwickelt, auch wenn ich immer noch andere Materialien selbstverständlich auch verwende. Man muss aber irgendwo eben auch mit den Zusatzkosten leben können, was aber eben eine persönliche Abwägung ist. Jetzt habt ihr einen ersten Eindruck in die Thematik der Bandschlinge. Und hoffentlich wisst ihr jetzt Bescheid, was für eine Bandschlinge ihr euch für welches Vorhaben zulegen wollt. Wenn euch übrigens das Thema KiloNewton, Energie- und Kraftübertragung interessiert, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Dann werden wir auch das nochmal im Detail für euch aufbereiten. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, wenn euch unsere Inhalte gefallen und einen Daumen hoch da zu lassen. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berghalt.